Teil 2 Sie hören im deutschsprachigen Radio einen Beitrag zum Thema Tipps für einen perfekten Tag. Beantworten Sie danach die Fragen kurz, in Stichworten, wie im Beispiel. Informationen, die nicht zur Antwort gehören, werden als falsch gewertet. Sie hören den Beitrag zweimal. Versuchen Sie, die Fragen schon beim ersten Hören zu beantworten. Bevor Sie sich den Beitrag anhören, lesen Sie bitte alle Fragen durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hören Sie jetzt den Beitrag. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Das gehört zum Leben dazu. Aber nicht alle wissen, dass man das auch ändern kann. Sie hören jetzt ein paar Tipps für einen perfekten Tag. Tipp 1. Es ist 6.30 Uhr morgens, der Wecker klingelt. Die meisten Menschen öffnen, die meisten Menschen öffnen, die meisten Menschen öffnen dann ihre Augen und fühlen sich schon müde. Aber es muss nicht so sein. Lassen Sie am Abend die Vorhänge auf. Dann kommt am Morgen das Sonnenlicht ins Zimmer und weckt sie. So sind Sie schon vor dem Wecker klingelt. Tipp 2. Und das Aufstehen. Und das Aufstehen fällt Ihnen viel leichter. Während Sie sich anziehen. Während Sie sich anziehen oder frühstücken, die neuesten Nachrichten im Radio. Die vielen Informationen machen uns wach und bereit für all die Gespräche, die wir während des Tages führen werden. Tipp 3. Vergessen Sie nicht zu frühstücken. Ein gesundes Frühstück gibt dem Körper Energie. Und davon brauchen Sie viel. Denn Sie haben einen langen Tag vor sich. Es gibt Menschen, die morgens nach dem Aufstehen noch nichts essen können. Das ist aber nicht schlimm. Ein Glas Milch reicht auch. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas zu sich nimmt. Tipp 4. Irgendwann ist Mittagszeit und Sie haben schon Hunger. Am besten sollten Sie ein warmes, leichtes Essen wählen. Wenn Sie am Nachmittag noch Unterricht haben oder arbeiten müssen, ist eine schwere Speise nicht gut für Sie. Denn danach fühlen Sie sich müde und schläfrig. Sie können in der Kantine oder in der Schulmensa essen. Und dort können Sie sich mit Kollegen oder Mitschülern unterhalten und ein bisschen entspannen. Tipp 5. Tipp 5. Bewegung ist extrem wichtig für die Gesundheit. Besonders wer viel sitzt, muss sich auch viel bewegen und viel Sport machen. Gehen Sie also zwei- bis dreimal in der Woche joggen. Am besten nicht morgens, sondern abends. Da ist der Körper schon aktiviert und braucht nicht erst aufzuwachen wie am Morgen. Tipp 6. Bevor Sie heute zu Bett gehen, schreiben Sie alle Aufgaben für morgen auf. So machen Sie dem heutigen Tag ein Ende und können ruhig einschlafen. Vielleicht lesen Sie aber davor noch einige Seiten in einem interessanten Buch. Es ist egal, wie viele Stunden Sie schlafen. Es muss genug für Sie sein. Das ist am wichtigsten. So bleiben Sie gesund und starten Sie fit in den Tag. Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um Ihre Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Vielen Dank. Jetzt hören Sie den Beitrag noch mal. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Das gehört zum Leben dazu. Aber nicht alle wissen, dass man das auch ändern kann. Sie hören jetzt ein paar Tipps für einen perfekten Tag. Die meisten Menschen öffnen dann ihre Augen und fühlen sich schon müde. Aber es muss nicht so sein. Lassen Sie am Abend die Vorhänge auf. Dann kommt am Morgen das Sonnenlicht ins Zimmer und weckt sie. So sind Sie schon vor dem Weckerklingeln halb wach. Und das Aufstehen fällt Ihnen viel leichter. Tipp 2. Tipp 2. Den ganzen Tag lang muss man kommunizieren. Mit Kollegen, mit Mitschülern und Familienmitgliedern. Auch darauf kann man sich vorbereiten. Es ist ganz einfach und kostet Sie nichts. Hören Sie nach dem Aufstehen, während Sie sich anziehen oder frühstücken, die neuesten Nachrichten im Radio. Die vielen Informationen machen uns wach und bereit für all die Gespräche, die wir während des Tages führen werden. Tipp 3. Vergessen Sie nicht zu frühstücken. Ein gesundes Frühstück gibt dem Körper Energie. Und davon brauchen Sie viel. Denn Sie haben einen langen Tag vor sich. Es gibt Menschen, die morgens nach dem Aufstehen noch nichts essen können. Das ist aber nicht schlimm. Ein Glas Milch reicht auch. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas zu sich nimmt. Tipp 4. Irgendwann ist Mittagszeit und Sie haben schon Hunger. Am besten sollten Sie ein warmes, leichtes Essen wählen. Wenn Sie am Nachmittag noch Unterricht haben oder arbeiten müssen, ist eine schwere Speise nicht gut für Sie, denn danach fühlen Sie sich müde und schläfrig. Sie können in der Kantine oder in der Schulmenze essen und dort können Sie sich mit Kollegen oder Mitschülern unterhalten und ein bisschen entspannen. Tipp 5. Tipp 5. Bewegung ist extrem wichtig für die Gesundheit. Besonders wer viel sitzt, muss sich auch viel bewegen und viel Sport machen. Gehen Sie also zwei- bis dreimal in der Woche joggen. Am besten nicht morgens, sondern abends. Da ist der Körper schon aktiviert und braucht nicht erst aufzuwachen wie am Morgen. Tipp 6. Bevor Sie heute zu Bett gehen, schreiben Sie alle Aufgaben für morgen auf. So machen Sie dem heutigen Tag ein Ende und können ruhig einschlafen. Vielleicht lesen Sie aber davor noch einige Seiten in einem interessanten Buch. Es ist egal, wie viele Stunden Sie schlafen. Es muss genug für Sie sein. Das ist am wichtigsten. So bleiben Sie gesund und starten Sie fit in den Tag. Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit, um Ihre Notizen zu korrigieren und zu beenden. Hören Sie jetzt den Beitrag. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Das gehört zum Leben dazu. Aber nicht alle wissen, dass man das auch ändern kann. Sie hören jetzt ein paar Tipps für einen perfekten Tag. Tipp 1. Es ist 6.30 Uhr morgens, der Wecker klingelt. Die meisten Menschen öffnen dann ihre Augen und fühlen sich schon müde. Aber es muss nicht so sein. Lassen Sie am Abend die Vorhänge auf. Dann kommt am Morgen das Sonnenlicht ins Zimmer und weckt Sie. So sind Sie schon vor dem Wecker klingeln halb wach. Und das Aufstehen fällt Ihnen viel leichter. Tipp 2. Tipp 2. Den ganzen Tag lang muss man kommunizieren. Mit Kollegen, mit Mitschülern und Familienmitgliedern. Auch darauf kann man sich vorbereiten. Es ist ganz einfach und kostet Sie nichts. Hören Sie nach dem Aufstehen, während Sie sich anziehen oder frühstücken, die neuesten Nachrichten im Radio. Die vielen Informationen machen uns wach und bereit für all die Gespräche, die wir während des Tages führen werden. Tipp 3. Vergessen Sie nicht zu frühstücken. Ein gesundes Frühstück gibt dem Körper Energie. Und davon brauchen Sie viel. Denn Sie haben einen langen Tag vor sich. Es gibt Menschen, die morgens nach dem Aufstehen noch nichts essen können. Das ist aber nicht schlimm. Ein Glas Milch reicht auch. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas zu sich nimmt. Tipp 4. Irgendwann ist Mittagszeit und Sie haben schon Hunger. Am besten sollten Sie ein warmes, leichtes Essen wählen. Wenn Sie am Nachmittag noch Unterricht haben oder arbeiten müssen, ist eine schwere Speise nicht gut für Sie, denn danach fühlen Sie sich müde und schläfrig. Sie können in der Kantine oder in der Schulmensa essen und dort können Sie sich mit Kollegen oder Mitschülern unterhalten und ein bisschen entspannen. Tipp 5. Bewegung ist extrem wichtig für die Gesundheit. Besonders wer viel sitzt, muss sich auch viel bewegen und viel Sport machen. Gehen Sie also zwei- bis dreimal in der Woche joggen. Am besten nicht morgens, sondern abends. Da ist der Körper schon aktiviert und braucht nicht erst aufzuwachen wie am Morgen. Tipp 6. Bevor Sie heute zu Bett gehen, schreiben Sie alle Aufgaben für morgen auf. So machen Sie dem heutigen Tag ein Ende und können ruhig einschlafen. Vielleicht lesen Sie aber davor noch einige Seiten in einem interessanten Buch. Es ist egal, wie viele Stunden Sie schlafen. Es muss genug für Sie sein. Das ist am wichtigsten. So bleiben Sie gesund und starten Sie fit in den Tag. So bleiben Sie gleich. So bleiben Sie nicht. So bleiben Sie mit dem Tag. So bleiben Sie in der Hand. Es ist ein gutter Untertitel. Vielen Dank.